Und... Äh? Oh, die Musik ist schon mal schön. Oh... Hm? Nix. Ich bin erst mal... Wow! Oh, 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 oh! Ich bin erst mal ruhig, wegen der Musik. Weil die ist irgendwie so... Hm... Oh, warte! Oh, Entchen! Oh nein! Nein, 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 nein! War ein Libell... Ja, mhm... Die Enten fressen eigentlich Libellen, aber ist gut, ne? Da! So, oh, Libellchen! Oh Gott! Festen Boden unter den Füßen. Ah, da oben gibt's nix. Moment mal. Hm... Nee, nee! Aber wenn wir... Auch nicht. Gut. Na, überall gucken wir jetzt mal nach Geheimnissen. Wir haben ja eben grad gesehen, was das bringt. Und... Nee. Äh, lass los. Obwohl... Nein! 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 Nö, 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 nö! Uncool! Oh Gott! G зрrr! G зрrr! Ne... Das haben wir halt grad gelernt. Bam! Oh Gott! Dieser Einer da ist noch... Nee, 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 ne! Spring, spring, spring! Spring! Und... Bam! Juhu! Und das alles für lumpige Zehntausend! Hallo Hii! Ah, wie geht's dir, Onkel Scoot? Wie geht's dir, Onkel Dagobert? Äh, irgendwo gibt's ganz bestimmt ganz schön viele Pfeile hier. Sei besser aufpassend. Ja, sei aufpassend, du. Ola, boah, jö, ma, mu, mu. Upa, ne, pu. Mist, die Kack. Oh, Liebällchen, kommt mit mir, Mädchen. Denn das bringt mich nach oben und hier gibt es... Oh, nix. Toll. Nochmal, Liebällde. Na klar. Hüpf. Äh. Äh. Hä? Ich dachte, wenn ich mich da ranhänge, dann geht das nach unten. Nö. Nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah. Dieses Level ist komisch. Da ist irgendwas an diese Mauer geschrieben. Lass mal gucken. Einer von drei. Drei. Ah, ne, einer ist drei. Drei ist zwei. Vier ist eins. Zwei ist vier. Was? Oh Gott, ich schreib's mir auf. Ich seh's doch jetzt schon. So. Äh. Talk to me. Talk to me. Nein. Ansonsten sprechen die immer mit mir. Viel zu viel. Was soll das? Moment. Hä? Was? Oh mein Gott, nein. 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 This is like invisible block time. Oh Gott. D-d-d-d. D-d-d. Oh Gott, nein, nein. Ich wusste es. Ich warte. Tot, tot, tot. Hüpf, 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 bumm, 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 mach mal nur und hüpf. Komm, ein Versuch nur noch. Kacki, ich hätte mir eine Mojo-Doll holen können. Ah, bin ich dumm. So, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also hier fallen wir gleich nach unten, aber kann ich da irgendwie... Ne, kann ich nicht, auf keinen Fall. Hm, fuck, fuck, fuck. Ne, bringt gar nichts hier. Ne, bringt nichts. Können wir auf keinen Fall hin. Ah, das ist ja ätzend. So, einfach weg hier. Libelle, 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 Libelle. Wir gucken erstmal weiter und sehen, hier gibt es Libellen in Hüllen und Füllen. Und noch mehr Libellen, denn das Spiel heißt Dark Libello. Oh Gott. Und fall noch, und fall noch, und fall noch, und fall noch, und komm her, und tot. Das hier oben ist doch schon wieder... Und? Hä? Ah, damit komm ich dann dahin. Okay, gucken wir erstmal weiter. Die Pyramide ist ja mal der Hammer. Diese... Äh... Ganz schöne, kleine... Hui, aber bringt nichts. Bumm. Äh, wenn ich hier runter stürze, bin ich bestimmt tot. Also. So, hier ruf. Spring. Spring. Hüpf, und da hin. Gut. La la la, jetzt also doch nach oben, oder? Mhm. Warten wir, warten wir. Und, bitte, meins. Ah, guckst du mir schlecht, ne? Warum hab ich hier nicht geguckt, ob ich da weiter rein kann? Kann ich aber nicht. Okay, weiter nach oben mit deinen kleinen Enten, Bürzelbürzel. Quacks, du bist komisch. Hä? Okay, mal gucken. Wuh, wuh. Oh, gut. Hallo, Quacks. Du willst nach Hause, Onkel? Gut? Ja? Nein. Nein. Danke. Hm? Hm? Sag mal, warum gibt's hier so wenig rote Diamanten? Ich brauch rote. Sch, sch, sch. Rot, rot, rot. Ich hab doch was... Oh, oh. Oh Gott. Hüpf. Jetzt hat's kurz gestockt. Habt ihr's... Oh Gott. Habt ihr's auch gemerkt? Scheiße. Toll, toll. Das war ja toll. Ah ja. Ich merk schon. Hüpf. Was? Eieieieieieiei. Ohne mich. Was soll das? Äh, hä? Hä? Ich versteh hier nix mehr. Nach oben? Gucken mal. Das ist zu groß. Die Pyramide ist ja riesig. Ey. Hüpf. Ja. Nee. Nee. Oh Gott. Verdammt. Und was passiert eigentlich, wenn ich da reinfalle und dann einfach... Hüpf. Und springen. Ja. Hä? Hä? Was ist los? Hier. Ich kann jetzt nicht mehr rüber. Nein. 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 Jetzt sterb ich hier, oder wie? Warte. Lass uns mal untergehen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch... Ey. Boah. Gleich ist wieder alles weg hier. Ja. Und da mich treffen ist, ist es am logischsten. Hüpf. Bumm. Ich probiere jetzt nur eine Sache, ob das klappt. Und wenn das nicht klappt, dann, ähm... Ja. Bin ich böse. Bumm. 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 Nein. Toll. Aber wir probieren es doch nur so. Ja. 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 Gut. Okay. Das geht immerhin. Schön. Hier sind ein paar Rubine gewesen. Toll. Aber wie soll ich dann hier zurückkommen? Ach, bin ich bescheuert, oder was? Ja. Na, ist ja ganz klar. Ja. Funk. Oh. Ich hier von wegen... Ich zeige euch jetzt meine Überskill. Hm. Skill tot. Hüpf. Nein. Nein. Ah. Das... Ich bin ein schlechter Spieler. Wahnsinn. Hüpf. 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 Nein. Oh Mann. No. Du kannst doch genau dann bitte mit deinem Stock mal reagieren. Oder nicht? Nein. Nein. Ich bin ja. Hüpf. Quack. 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 Und nochmal. Denn es macht Laune. Bam. 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 Da komme ich nicht hin. Nie im Leben. Was ist denn? Was ist denn? Aha. Ne. Klappt auch nicht. Ja, ist klar, ist jetzt recht. Das Spiel hat irgendwie ein bisschen Tollwut. So, was mache ich damit? Damit probiere ich jetzt gar nichts. Ich gehe erstmal nach oben. Heilst du mich bitte? Ah, da ist irgendwo was an diese Mauer geschrieben. Die einen, die sehen das Licht von der Sonne, werden finden den Weg. Also die, die das Licht der Sonne sehen, werden den Weg finden. Ja, alles klar. Ähm. Okay. Okay. Oh ne, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock. Oh mein Gott. Komm, ne, bin ich jetzt dein Bogo. Jetzt willst du aber mehrmals mit mir reden, aber der andere wollte nicht. Was ist los? Oh Gott, oh Gott. Oh mir. Da, 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 da. Oh Gott, wehe, wehe, wehe. Hä? Was ist los? Da ist das Licht der Sonne. Gibt es hier keine Mauer? Äh, gibt, ne, es ist keine Mauer, Funk. Klick. Wow. Okay. Aber ich hätte gerne die Schatztruhe. Die ist mir ein bisschen wichtiger vielleicht. Weil jetzt habe ich eh nur noch einen Lebenspunkt und jetzt falle ich zum Endgegner oder so. Was nur? Du hast ein... Was? Verborgene Schatztruhe gefunden? Und dafür habe ich eine Million bekommen. Was? Oh mein Gott. Oh Gott, und noch mehr. Bin ich irgendwo ein Eis? Natürlich nicht. Und ein Eis. Eich, Eich, Eich. Okay, jetzt sind wir aber wieder hier. Hey, tot. Okay. Naja, gut, 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 gut. Jetzt probieren wir mal die andere Schatztruhe da zu bekommen. Hm. Irgendwie gebe ich den... Oh Gott, bla, bla, bla. Ich hab's doch schon herausgefunden. Oh. So, und hier kann man dann also durchgehen, ne? Klick. Ja, 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 ja. Und ein Leben? Hm. Fast genauso gut. Aber nur fast. So, fall mal runter, bitte. Komm her. Fall runter. Komm her. Fall runter. Nein! Gut. Oh, gut. Was mache ich damit? Ach, ist ja klar. Warum macht er das jetzt auf einmal und davor nicht? Ne, ist... Nach oben. Und cool. Naja. So, und hier nochmal. Hier gibt's natürlich nix. Nein. Endgegner. Äh, 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 äh. Oh, uh, uh, uh. Ich hab ne kleine Chance. Ich hab ne kleine Chance. Oh Gott, Endgegner. Ich muss dann halt einfach nochmal zur Pöra. Mire. Mire. Hm? Oh Gott. Was ist... Oh Gott. Der ist doch... Hat doch einer ne Waffel. Du, 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 du. Utschimi, 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 utschiu, 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 utschiu. Nein, nein, nein. Ich hab's doch... Ich hab die Tassen eigentlich schon losgelassen. Nein. Alles für die Katz. Oh, fuck. Oh. Quack, 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 quack. Hier ist Darkme. Ich bin Onkel Darkobert. Ich habe nix zu sagen. Nur zu quacken. Wuhu. Gut. Spannendes, schönes Let's Play mit Funk Royale, dem Enten. Ja, ich kann das Spiel doch nicht. Jetzt tut mir leid. Ich wollte ein bisschen cool sein. Einmal in meinem Leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Einmal cool sein. Naja. Gute Funk Royale DuckTales. Bis zum nächsten Mal. Dann treffen wir uns vor der Pyramide wieder. Oder so. Kein Plan. Tschüss. Auf und out. Krsch.